Wir werden sie nicht vergessen. Keine Frau im Iran, keine Frau in der Ukraine, keine Frau in Afghanistan oder in Saudi-Arabien. Da sind ganz Zweifel, dass wir an ihrer Seite stehen, dass wir sie nicht alleine lassen werden. Und das sind bündnisdeutsch die Grünen. Menschenrechte sind Frauenrechte. Frauenrechte sind nicht teilbar, sie sind nicht verhandelbar, liebe Freunde und Freunde. Es sind ganz viele Arten von Scharia unterwegs. Unser Job hier ist, dafür zu sorgen, dass die Teile, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, auch angewendet werden können. Und die nicht, die eben nicht. Aber es gibt zahlreiche Arten von Scharia. Neuer Chef der Grünen will die Scharia in Deutschland einbringen. Sie soll mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Das ist das, was diese Partei ausmacht. Herzlichen Dank. Einigkeit und Freiheit und Freiheit.